hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von das große krabbeln oder bugs live wir haben jetzt tatsächlich weiß ich das ist das der vorletzte das vorletzte level vor dem großen finale flug übers flussbett und das ist für mich tatsächlich ein level wo ich sag da könnten wir game over gehen weil das so eine ganz miese flugsteuerung hat weil jetzt fliegen wir und das passiert jetzt passt auch flug über flussbett navigiere durch das flussbett schlug und führe hopper näher das vogelnest also hopper ist ja der große endboss und wie fliegst du denn hoch hoch diese funktioniert das jetzt nicht also ja ja lass mich in ruhe das meine ich die ist halt nicht die beste fliegerin die frau wir müssen ich weiß hier gibt es irgendwo lass mich in ruhe eine goldbeere die frage ist die frage ist halt wohnen und dann musst du ja auch alles einsammeln weite etter da ja hau ab ich will da lang flieg flieg höher kind ey das wird das ist so hart flieg ja der nimmt auch nicht alle den hätte ich jetzt auch ganz gern noch gehabt aber das ist egal einfach drauf ballern aber auch 56 sonne also das finde ich vom spiel her richtig gemein gemacht Sackgasse 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 Flieg schneller sagt er das ist das ist die kann nicht schneller ich versuche ich habe keine ahnung aber ich baller jetzt einfach drauf ich habe schon wieder das F verpasst oh das kann auch nicht weiter was ist das hier ich weiß auch gar nicht wo ich hin muss wie viele leben habe ich eigentlich noch hier na gut ich bin auch schon dabei ich bin auch schon dabei oh flieg bleib doch nicht hängen ich häng fest wo geht es hier lang die bleibt auch an allem hängen ne das ist so I love it ist das anstrengend ohne Witz das ist wirklich anstrengend gerade und der regenwurm kommt natürlich auch erst dann wenn es ihm passt geht es hier weiter ich bin auch schon dabei nein komm gehen wir mal die andere Seite lang komm gehen wir mal die andere Seite lang komm zurück ich habe keine Ahnung oh ist schön hängen geblieben komm zurück tut sie doch ich habe mich verirrt er hat mich auch eingekesselt ne das ist so kann man machen naja das nehme ich jetzt nicht hast du schon die Goldbeere jetzt behalte ich die Goldbeere auch wo ist denn das L ich weiß nicht wo ich hin muss und ich weiß nicht wo die Buchstaben sind sagt ja gut komm wir sind doch schon dabei Oh, hier war das dann das... Es sieht doch alles halt gleich aus, ne? Geh auf zu heulen, Mädchen. Ich bin viel schlimmer dran. Ich weiß nicht mal, wo hier der Ausgang ist. Ich weiß nicht mal, wo die Buchstaben sind. Wie kann die schneller? Du wiegst 10 Kilo. Ja, vielleicht nicht unbedingt 10 Kilo, aber... Ach, komm schon! Du sagst es! Ach, komm schon! Das ist nicht fair. Wenn es hier wenigstens noch irgendwie Leben geben würde. Ich weiß es nicht, aber ich habe noch ein paar Gegner gefunden. Wir fliegen in die falsche Richtung. Aber hier geht es ja zum Glück auch irgendwie weiter. Aber mir fehlen noch Buchstaben. Mir fehlen... Noch 10 Gegner. Ich will hier raus! Jetzt lass die Arme doch mal in Ruhe! Ich kann nichts dafür! Ich bin unbesiegbar! Als ob. Aber wo ist dann jetzt hier noch irgendwie... Ich bin auch schon dabei, mein Freund. Kann es dann was sein, diese Einkerbung? Warte, das machen wir noch mal. Ich sehe auch nichts, wo hier noch ein Buchstabe sein soll. Ich hätte gedacht, hier vielleicht. So eine Einkerbung, aber... Aber ich weiß auch nicht. Ja, genau! Hoch mit dir! Ja. Das hilft. Du sagst es. Ich habe noch ein Leben. Wir werden auf jeden Fall die Endsequenz sehen. Also, den Game-Over-Bildschirm. Wenn ich wüsste, wo ich lang muss, wäre das wesentlich einfacher. Aber wir haben schon mal das I. Wir sind, glaube ich, hier jetzt mal lang. Ne, hier sind wir auch schon auch mal lang. Ach, hör auf zu heulen. Ich bin viel schlimmer dran als du. Braucht noch das K, Leute! Ich weiß noch nicht mal, wie viele... Ich weiß noch nicht mal, wie viele... Kein Anhaltspunkt oder irgendwas. Doch da. Hier waren wir schon mal auf jeden Fall nicht. Oh. Ich habe eigentlich die Hoffnung. Okay, wir haben jetzt alle... Damenkörner, das ist schon mal sehr gut. Nein! Noch zwei! Nein! Okay. Noch einmal, weil es so schön war. Noch mal eine Runde. Ich zerquetsche euch, Termiten! Ich vereine dich, Blick! Oh! Ihr kleinen Termiten! So, das haben wir jetzt. Und einmal links. Nur, ihr entkommt mir nicht! Ja! Oh mein Gott! Entkommt mir nicht! Nee, Atta, flieh! Jetzt lass die Prinzessin nur Ruhe! Die kann nichts dafür, dass du so spätst. Sperr bist. Lass mich zur Ruhe! Lass mich zur Ruhe! Oh, wir haben es geschafft! Oh! Ey, das war ein krampfer. Man kann nie genug Kerner haben. S-M-I-K heißt Flick. Das bin ich. Ich frage mich, ob die Endsequenz auch noch dazu zählt. Zu den 100 Prozent. Also, wenn man Game Over geht. Oh, nur Spaten wird geladen! Okay! Gib sie dem! Oh, den haben die den Fühler rausgerissen. Auch nicht schlecht. Möchtest du abspeichern? Ja, bitte! Allerdings ist der Part jetzt hier noch nicht vorbei. Wir machen jetzt noch ein Bonus-Level. Das ist die Entscheidung, ne? Zu 100 Prozent hier. Ah, da, 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 da. Wir müssen aber ein bisschen weiter zurück. Äh, lass mich mal ganz kurz gucken bei Filmclips. Also, du hast zwei Bonus-Parts haben wir noch. Zwei. Zieht der Game Over-Bildschirm auch noch mit? Also, zwei, drei, vier, fünf. Na gut, machen wir jetzt erstmal ein Bonus-Level noch. Und zwar müssen wir dafür in den Tunnel. Und, äh, der Tunnel auf. Genau, da mussten wir die Blaubeere holen. Die ist ja so weit da hinten. Und dann müssen wir mit dieser Blauen Beere vier oder fünf Heuschrecken kaputt machen. Also, das hier ist jetzt gerade ein bisschen nebensichtlich. Wir müssen einfach nur weiter. Und ich sollte vielleicht doch die Münzen mitnehmen, oder? Ich weiß es nicht. Ach, wisst ihr noch? Da war das Level noch so einfach. Da hieß es einfach nur laufen! Lauf! Und mehr nicht! Und das war es denn auch. Aber nein! Wir müssen noch weiter. Oh, das. So! Wir müssen mit der Superbeere alle möglichen Boots hier kaputt machen. Ich weiß aber nicht, wie viele. So, zwei. Ich hebe hier nur Körner auf. Mh, drei? Könnten fünf gewesen sein. Vier? Dann waren es bestimmt fünf. Und die Wände brachen zusammen. Kommt das nicht jetzt? Fünf? Gott, wie viele waren das denn? Oh, da hast du nicht mitkommen. Entschuldigung. Hallo. Ich weiß doch, dass es so ist. Fünf aufeinander folgenden. Wie viele noch? Hey. Geh weg. Hey, diese Typen sehen aber nicht besonders glücklich aus. Es ist wichtig, dass sie aufeinander folgen. Es müssen, es muss die Blaubeere sein. Bitte. Ich weiß, es war hier im Tunnel. Ich habe doch jeden mitgenommen. Verstehe ich nicht. Wieso funktioniert das nicht? Ja, ja, klar. Interessiert aber keinen. Nee, ich muss sie schon mit der... Ich glaube, ich muss das nochmal nachlesen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also, ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ähm, Entschuldigung. Rapper. Na gut, dann gehen wir mal zum Ausgang. Und dann google ich das nochmal zum Schluss nach. Ich wäre aber der Meinung gewesen, dass das wirklich so, äh... Ich glaube, ich bin... Gehe ich in die falsche Richtung? Ja, falsche Richtung. Ha! Ich bin der Meinung, es wären irgendwie so vier oder fünf aufeinander folgenden, äh, gewesen. Aber ich habe die doch jetzt nur die. Verstehe ich nicht, warum das nicht funktioniert. Bye-bye, Spinne. Habt nicht. Ähm, Entschuldigung. Rapper. Rapper. Und da dachte ich noch, ey, das ist voll easy. Hm. Oh, ja. Ja, 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 ich weiß. Ist unwichtig. Dass das nicht funktioniert hat, verstehe ich nicht. Na gut, dann probieren wir mal das andere. Da weiß ich, was da auch gemacht werden muss. Da muss ich in den Kleewald. Dann müssen wir nicht den Vogel zusammenbauen, sondern ich muss fünf Samen, fünf Pilze wachsen lassen und diese fünf Pilze hintereinander, äh, springen. Jetzt muss ich erstmal noch auf fünf Pilze kommen. Danke. Obwohl, warte. Warte, hier gab es auch noch eine, oder? Ja. Weil ich ja eh dahin muss, muss sie eh erstmal ran. Komm. Erstmal muss ich hoch, damit ich denn Also entweder war das so, dass ich auf fünf Pilzen springen muss oder ich muss fünf Pilze miteinander wachsen lassen. Also wir haben schon mal zwei, aber ich weiß, es waren fünf. Das heißt, wir brauchen jetzt noch drei. Eins, zwei. Ich schmeiß dich da mal runter. Ich wollte dich da runterschmeißen. Gehst du mal? Danke. Eins, zwei, drei. Vier. Vier. Na, wo ist denn noch einer? Du doch bestimmt. Ha, fünf. Als ob. Komm, das war gemein. Das wissen wir beide. So. Das wird funktionieren. So. Schön in einer Reihe, damit wir alle was davon haben. Zwei. Wird er sich jetzt auch oben machen können, weil ich ja da den Hubschrauber hab. Dreh mal Kamera, dreh mal. Danke. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Du bist ein bisschen zu nah weit weg. Ich glaub, ich glaub, ich muss auf fünf Pilze springen. Mal hoffen, dass die jetzt nicht so weit auseinander liegen. Okay. Eins, zwei, drei. Ach, Mist. Nochmal, weil es so schön war. Eins, zwei. Was soll das? Wieso funktioniert hier alles nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich bin nacheinander auf alle fünf gesprungen. Ich fühl mich verarscht. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich weiß nicht, warum es jetzt funktioniert hat und eben gerade nicht. Wie karl. Mach mal mal. Hm. Holen wir uns erstmal die ganzen grünen, die, die ich mir holen kann. Irgendwo muss ich ja hinkommen. Da ist ein Samenkorn. Da ist schon irgendwo anders ein Samenkorn. Da. Ich bezweifle, dass ich da hoch springen kann. Ja. Würde grün funktionieren? Wenn ich von hier aus zum grün? Ja. Ähm. Ich gehe mal hinten rum. Kann ich hinten rum? Das Ungefährliche? Ja. Die Frage ist, komme ich da mit grün ran? Müsste ich, ne? Also sonst wäre es ja ein bisschen dumm. Ja, da komme ich auch mit grün ran. So. Jetzt weiß ich nicht, wo die Münze ist. So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt zwei brauche, aber wir nehmen mal kurz hier den Samenkorn auf jeden Fall mit. Ich muss da aber halt irgendwie rein. Nein! Ach Mensch. Kannst du mir noch nie sagen, dass ich das alles in die falsche Richtung? So. Wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo das Ausfuhrzeichen ist. Wie soll ich denn da rankommen? Wie soll ich denn das Blatt nicht mehr so groß ist? Wie soll ich denn das Blatt jetzt nehmen wir uns mal hier ein? Da oben. Da ist das Ausfuhrzeichen. Wie komme ich da jetzt rein? Da. Ne. Ich wollte gerade sagen, hier gab es doch irgendwie noch einen Eingang, oder nicht? Ne, ich brauche beide, damit ich den einen da so rüberschieben kann. Ah, haha, okay. Äh, der hat anscheinend keinen Eingang. So. Ich kann sagen, der hat er doch. Da komme ich aber nicht durch. So, okay. Dann machen wir das doch so. Damit wir da mal so schnell wie möglich da hinkommen. weil du nämlich in der Nähe bist. Nimm das! Oh, das gibt'n blauen Fleck. wieso springe ich denn immer an diesem Blatt vorbei? Es funktioniert nicht! Es funktioniert nicht! Okay, da haben wir schon mal die Kustelblume. Nein! Naja, ist egal. Äh, ist vielleicht auch gar nicht so blöd. so und... Oh, das ist aber jetzt aber gemein. Ähm, klar, und die jetzt unter dem Ausgutzeichen, ne? Wo ist es? Wo ist es? Ich muss noch mal von außen gucken. Ja, fast drin. ein paar Zentimeter. Hier vielleicht? Ich bin im Bonus-Level totgegangen. Was passiert? Ich muss das noch mal machen. Ja, ne. Okay. Ähm, ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Beim nächsten Mal werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht mach ich auch erstmal die Entscheidung in der Schlucht und dann als Bonus-Part irgendwie so noch äh, die Bonus-Level. Dann wird der Bonus-Part ein bisschen kurz oder so. Keine Ahnung. Äh, ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye-bye. Ciao! Musik Untertitelung des ZDF, 2020